Hallo Kreuzberg! Es freut uns, heuer beim Startfest hier wieder zu spielen geladen hat uns der Chef dieser wunderschönen Gemeinde, unser Bürgermeister Ernst Maxner. Und wir sind natürlich alle seinem Ruf gefolgt. Wir feiern heute die 25. Ausgabe unseres Startfestes, dass das weiter passt. Leute sind da und ich freue mich schon auf Spölen. Ich glaube, das Stadtfest in Volzberg ist schon zu einer großen Tradition geworden und ich freue mich schon auf die nächsten 25 Mal. Wir freuen uns, dass wir uns zu einem neuen Methoden haben. Wir freuen uns, dass wir uns in diesem Bereich nicht alle haben. Wir freuen uns, dass wir uns hier auf der anderen Seite sehen. Wir freuen uns, dass wir uns hier auf dem Weg machen. Musik 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 Ich darf heute ein bisschen Gitar spielen und dazuklopfen, weil die wahren Artisten des Instruments, das sind die anderen, aber sie lassen mich ein bisschen mitspielen, weil ich noch halbwegs nicht so falsch spiele. Musik 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 Danke schön. 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 Danke schön.